so und damit hallo und herzlich willkommen zurück ja ich habe neue mods installiert ich habe jetzt dass mir diese heavy drill was empfohlen wurde und max packs habe ich gemacht ich habe die das mit der npc crews habe ich jetzt noch mal gemacht und verschiedenste andere sachen ach das war für den buggy stimmt den haben wir auch noch mal angefangen hat muss auch noch mal machen ja aber ich habe noch ein paar mehr sachen die kann ich ja mal zeigen was dann alles aber wenn ich es jetzt überhaupt finden sollte das kennen wir auch schon oder ja ist das mit dem nachball das ist cool mega cool mega mega cool dann habe ich das mit den erweiterten frachtblöcken die müssten ja auch irgendwo rumschwimmen die ja länger sind das ist auch dabei das ist das kerf dingsbombs der kennek es dup 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 energie waffen das ist das hier mit imperial genau imperial dinge ich bin auch spannend wie die dann so sind so muss ich mal schauen das sind die ich habe nämlich noch neue neue solar panels habe ich mit drin aber ich wollte mal ein bisschen was anderes noch mit haben jetzt muss ich nur schauen wo die hat alle sind das ist das nicht ops und hier nämlich deko krams dann kennen wir ja schon steam power ok 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 hier oben steam power was war das denn jetzt hier ach das sind auch noch die dinge ne decorated blocks genau das sind die hier mit conveyor tubes die halt länger sind die auch gepanzert sind ähm die haben wir einmal dann jetzt muss ich schauen wo sind denn die anderen hier max packs das sind halt diese bohrer den werden wir gleich mal ausprobieren heavy mining drill ist der kleine wir wollen aber den großen haben und jetzt bin ich eigentlich gespannt wo die solar panels sind hallo naja hier genau da nehme ich einmal die also hier gold gibt es die und dann gibt es die halt so entsprechend ne corner und jetzt muss ich nur schauen wo ist das denn ne hallo ist so die sache wie hieß das denn ne ne da sieht das nicht mehr da aus ob es dabei wäre ich habe nämlich eigentlich so eine box mit einem ausklappbaren solar panel ne habe ich das noch offen ja wahrscheinlich nicht ne wahrscheinlich nicht warte mal ich komme mal ganz kurz das interessiert mich nämlich jetzt jetzt muss ich nämlich gucken wie hieß das ding weil es das ist manchmal so ein bisschen nervig mhm anzeigen lassen ihre abonnierten ja nicht das zuletzt angesehene abonnierten objekte ja genau der gravel stifter und solar panels in a box mhm gut gehen wir mal box ein vielleicht ist das nicht in der gravel stifter haben wir den denn hier irgendwo gravel stifter genau der ähm zieht praktisch aus dem schotter der übrig bleibt zieht der noch mal was raus allerdings so wenig ähm ich kann das kurz mal vorlesen für diejenigen die es vielleicht interessiert und die es noch nicht haben aus hunderttausend einheiten schotter zieht er zum beispiel lediglich zehn uran ja also aus hunderttausend das heißt ähm wenn ich nur tausend habe dann sind das 0,1 uran die ich bekomme also echt wenig das ist aber auch gut so weil ähm ist ja klar das sind ja nur kleine Spurenteilelemente die dann da drin sind ne ähm vollkommen in Ordnung jetzt frage ich mich aber warum das mit den solar panels warum das ach wahrscheinlich so das ist ein fertiges teil das ist ein blueprint das ist gar nichts ach so das ist nur eine blueprint gewesen das eine ja kein wirklich sieht echt cool aus ja ich bin mal gespannt wie der ist ähm ich habe gesehen dass es den mehrfach gibt was braucht er der braucht schnallplatten na toll warum habe ich keine schnallplatten das verstehe ich nicht na ist egal es ist mal wieder egal so bop 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 ich möchte ja schnallplatten haben aber naja wer weiß wer weiß wer weiß wer weiß schnallplatten ähm ja gut davon haben wir die jede Menge dabei ne davon auch ja, dann ha, ist er gut, gucken wir nochmal was jetzt bei rumkommt und wie gut oder wie schlecht es funktioniert ich wollte auch neue Waffen, aber ich habe leider nichts vernünftiges gefunden, neue Batterien hatte ich auch nachgeguckt, aber da hatte ich zum Beispiel eine Flüssigbatterie hatte ich gefunden, denn das hörte sich ganz interessant an, ich habe dann mal geguckt war dann so, dass praktisch man Flüssigkeit einfüllen kann in die Batterie damit sie halt sofort wieder funktionstüchtig ist, aber ich weiß nicht, das war jetzt nicht so ok, was brauchen wir denn noch das müssten wir ja rein theoretisch alles haben ja, also theoretisch also es ist natürlich krass, wenn ich das gerade so sehe, dass ich 22.000 Stahlplatten benötige für dieses Ding da muss das schon also ich sage mal super krass sein der muss jetzt abgehen also mehr oder weniger muss er hier den halben Hügel mit einmal schwingen abtragen denn das ist wirklich extrem für eine einzige Komponente so viele Stahlplatten ja, das ist schon und natürlich jetzt hoffen wir nochmal, dass es besser funktioniert das ist ja immer weg ok, so dann gucken wir nochmal warum so dürfen wir jetzt gespannt sein das funktioniert das funktioniert oder nicht das hier mal raus dann gucken wir mal ich mache es mal hier mit rechter Maustaste ne entsprechend um zu gucken warte, warte, warte machen wir mal linke Maustaste tut sich da überhaupt was und was ist da los jetzt hier so machen wir mal linke Maustaste erstmal ok, das funktioniert geht so, also richtig schnell ist es nicht guck mal hier rechte Maustaste was er für große uuuuuh das ist Schnieke das gefällt mir da kann ich natürlich jetzt richtig schnell mit also gut, er macht Zeitkreis rund und das ist in Ordnung ne, wenn man weiß wie wahrscheinlich schrotten wir jetzt gerade das Spiel weil es einfach total überfordert ist dass so viele Sachen auf einmal entsprechend entfernt werden ja, jetzt fahre ich einfach nur nach vorne fliegen ist so geil damit kann ich das richtig schnell aussehen vielen, vielen Dank für den Tipp ich hatte den als ich diesen anderen ähm Bohrer, den ich jetzt da drin hatte ähm ausgesucht hatte da habe ich schon mal danach oh, da hatte ich den auch gefunden da wurde der mir angezeigt aber ich dachte mir so ja, nee irgendwie sieht der nicht so aus als wäre er zu leistungsfähig vor allem weil er halt auch nicht dazu dabei stand ne wie wie groß der Radius ist und so weiter aber das ist ja mal richtig gut Schnieke ja, kannst ja innerhalb kürzester Zeit hier überlegen wir mal wie lange wir sonst dafür gebraucht haben gut, okay jetzt ist es halt nicht gerade da hinten aber wir ziehen einfach mal hier rüber und es ist halt ein bisschen größer da hinten an einer Stelle aber was soll's ist ja echt krasser kack tja, wir müssen angehen wir mal nach unten ne genau, vorsichtig sehr geil wenn wir jetzt nach rechts gehen wie weit nach oben geht das dann okay müsste ja so aber passen ne sehr schön genau das ist ja genial innerhalb von ein paar Minuten das ist ja mehr ist es ja wirklich nicht aber praktisch eine Arbeit von zig Folgen also ich ich betone das gerade so weil ich halt einfach total happy bin über dieses Teil naja, das macht's unheimlich unheimlich vielfach leichter oder mal vielfach ist leichter jetzt hier voranzukommen vernünftig das freut mich einfach ja, das ist schön gut, klar wenn man halt feine Nuancen ausheben möchte dann braucht man definitiv den anderen hiermit wird man da glaube ich nicht glücklich weil der einfach halt zu grobschlechtig dann ist aufgrund der schieren Menge die er hier aushebt aber das ist ja egal sehr geil genau, jetzt gehen wir noch nach unten ziehen das hier noch alles gerade sehr schön wenn man es qualmt da relativ doll in der Haupt das ist die Maschine das ist ja praktisch oh 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut ja, das Bremsverhalten ist halt ein bisschen kacke aber egal genau, wir probieren weiter perfekt also ich glaube ich möchte jetzt nicht heute die ganze Folge machen aber damit haben wir halt schon definitiv mehr geschafft als ich wahrscheinlich in der ganzen nächsten Woche geschafft hätte das ist vielleicht, dass ich die ganze Zeit so aufgenommen hätte zurück ich glaube dann war es das nämlich schon müssen wir nur ein Stück tiefer ausheben und passt das? ja, das sieht gut aus ja, das hier möchte ich hoch ne wir brauchen echt noch mehr Triebwerke das ist Wahnsinn wie schlecht es ist also von den Triebwerken her echt heftig na, das schildt immer noch da oben rum, ne das macht gar nichts hm eigenartig na ja gut ist dann halt so ich hoffe, es bleibt so das ist eigentlich nur das einzige, was zählt, ne na schön mit diesen Ringen wenn man die da so sieht, ne ja, immer wieder hübsch sowas jetzt hat nichts mehr eine Chance dagegen anzukommen sehr schön ja, sehr schön vorsichtig, dann müssen wir mal so ein bisschen links und rechts nochmal lang fliegen diese einzelnen Elemente da halt wegnehmen genau wir sehen, dass noch relativ viel übrig geblieben und nicht mehr so sehr viel geblieben aber das ist ja natürlich ja, ihr könnt Da rechts müssen wir auch noch. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus, aber egal. Dann machen wir hier schnelles weg, was da noch so rumkreucht. Sehr geil. Hätte ich das mal früher gewusst mit der Mod, ne? Dann hätten wir schon wahrscheinlich vorher eh ohne installiert. Definitiv. Lass uns noch einmal kurz hier das dazuschalten. Jetzt mal hier ganz komisch, der Flugmanöver. Dann hätte er schon eigenartig. So. Ups. Mhm. Na komm, los. Du schaffst das. Den letzten Rest noch. Was, 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 was. Ich frage mich, warum er jetzt so mega schwer ist, ne? Also so viel Gewicht hat er. Wobei er doch hat schon einiges dazugelegt hier noch. Hm. Auf jeden Fall müssen wir gleich mal den Schotter verwerten, sondern dann halt noch mit reinpacken. Dass wir den hier mit aufbauen. Einfach um halt wirklich das Maximalste zu nutzen, ne? Wäre es uns so schade, was man da alles wegwirft. Dann fliegen wir hier noch rüber. Genau. Und dann ein bisschen Gas geben. Genau. Wir können das ja eh noch anpassen, wenn wir da irgendwas sehen. Wie hier zum Beispiel nachher rechts. Das muss auch noch mit weg. Sehr gut. Tja, und wenn wir das jetzt sehen, dann haben wir die Grube eigentlich besucht. So ist es noch ein paar kleine Feinheiten. Fertig. Tja. Gelobt sei der neue Bohrer. Ja, Wahnsinn. Natürlich ist es noch interessant zu wissen, wie viel konnte er eben durch diesen kleinen Bohrungsintervall, wo wir da wirklich am Anfang so ein bisschen mit der linken Maustaste gewohrt haben. Wie viel konnte er dabei mitnehmen? Aber das können wir mal nachschauen. So. Da waren wir 67.000. Und das war es schon. Ja, wir haben es halt wirklich nur ganz kurz genutzt, ne? Hm. Ich muss das Signal deaktivieren. Vorsichtshalber. Ja, nicht, dass einer der neuen Fraktionen hier dann aufschlägt und der Meinung ist, uh, da müssen wir das mal dazwischenhauen, ne? Kann ja auch mal sein. Hm. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber naja. Wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.